Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Einzelhandel Simulator King of Retails Jo, wir haben in der letzten Woche keine Ahnung, wir haben Livestream, ich weiß keine Ahnung was wir gemacht haben, werden wir gleich sehen Bestimmt schöne Sachen einsortiert, Blupapier glaube ich und sowas, ne? Das kann sein Das, das, wo Ähm, gewähren, genau, gehen wir mal an den Tag, starten wir einfach mal, gucken wie schlimm das wird Jo, dankeschön Es ruckelt, es ruckelt und ruckelt, aber ist auch nicht schlimm Okay, aufgefüllt wird ja auch nicht mehr So, dann geht's hier wohl weiter Wird ja nicht mal aufgefüllt von den Leuten, oder wie Da unten bin ich So, Geschäft ist offen, ja schön Fertig, super schön Ja, komm, wir haben den Laden, ich glaube letzte Woche haben wir uns nur hier aufs Kuhpapier konzentriert, das wollen wir mal ein bisschen ändern Das ist der ganze Laden läuft, die muss danach gefüllt werden Alles ist nicht mehr da Kleider, Kleider Hemden Hemden Kuh, kuh, kuh So Alles gut Ich hoffe Hier ist noch was Geh mal weiter nach vorne Das ist die Leute, die Auflämmer-Auftaubung So, dann schauen wir mal ein bisschen vor und wir sind Geschwindigkeit hier in den Laden bringen Haben wir gar keiner nach Kassel, ich siehs Gott, wir haben gar keiner nach Kassel Das ist natürlich blöd Wenn wir den Umsatz hier machen Komm, von hier aus zu gucken So lassen wir die Leute mal auch nicht rein hier Titi 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 schneiden und hochladen für was hat dann noch ein Video aufnehmen für morgen früh was habt und morgen Abend auch ja ja das hat noch viel zu tun wir haben heute morgen früh kommt schon die Trends im Monat der Folge die ich noch nicht fertig die wir noch angefangen hatten was morgen ankommt weiß noch nicht auf jeden Fall morgen am live streamen da machen wir es um sie kommen um sie Bauprojekt auf jeden Fall habe ich noch einen geplanten Kalender ich würde das so machen ich möchte noch reinkommen das wäre müde, das wäre müde, das wäre müde mach ne Pause du mach auch ne Pause mach ne Pause alle grenzwertig das war blöd oh hey Blöd blöd Das war's. So. Mal rein spaziert. Warum verrechnest du dich immer? Meine Güte. Warum verrechnest du dich immer? Oh, wir haben keinen Mitarbeiter mehr quasi. Und gleich ist Feierabend. Na ja, immerhin. Ich hoffe, jetzt sieht er Lohn weg. Wir sind hier. Ich weiß gar nicht, wie lange wir aufnahmen müssen. Heute ist nur 21 Uhr. Ich weiß es nicht. Hey, have a minute? Ne. Ne? 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 Ja. Ne? 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 So, jetzt die Leute noch abfertigen. So, das war's wohl. Komm, wo ist der Umsatz vor? 25, naja, immerhin, dafür, dass wir keine Mitarbeiter hatten. Ja, gut, dann gucken wir in der nächsten Folge weiter. Genau, wieder regulär oder machen zu ihm draufs. Ich muss es gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall, abonniert mal den Kanal, was es geht. Like das Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und auf Wiedersehen.